Früher konnte man hier singen, die Mühle am rauschenden Bach, klipp klapp, klipp klapp. Also ist ja nur ein Sprachtext, weil singen kann ich nicht. Ja, wir sind hier am Mühengraben, beziehungsweise jetzt am Schiller Teich. Moment. Ja, und jetzt haben wir hier eine Fontäne. Wahrscheinlich ist das Oskar la Fontaine. Ja, vom Winde verweht, also der Nebel über Wolfsburg, der kommt. Nein, wir haben eine sehr gute Feuchtigkeit hier. Wir haben noch Grundwasser im Gegensatz zu vielen anderen Städten. Wir trocknen hier nicht aus. Wir haben den Hasselbach. Ja, wir sind die Stadt im Grünen. Und wenn man oben auf dem Elmausheim steht, beziehungsweise auf dem Hochhaus, da gibt es eine Plattform, dann ist tatsächlich alles grün. Ja, ich denke Wolfsburg bleibt auch grün. Und ich hoffe, dass Wolfsburg auch in Zukunft schön bleibt. Dafür müssen wir alle etwas tun. Ich denke, alles fängt mit einer Idee an, also mit einer geistigen Leistung. Und dann, wenn es gut ist, dann kann man es machen, wenn viele dabei sind. Na gut, noch so ein Gedanke.